Hi Leute, wie ihr seht, habe ich mir die Reno von Aldi Süd geholt und zwar gleich 10 Mal. Daraus habe ich für euch mal wieder ein schönes Silvesterbrett gebastelt. Und zwar habe ich die 10 Rhinos doppelt verleitet. Also jede Batterie habe ich die beiden Zündschnüren mit roter Litze verbunden. So sieht man quasi, hier sind 10 Reno, aber es läuft quasi die halbe Zeit. Also 15 Sekunden circa und das ist quasi so vom Effekt her, als wenn jetzt 20 Rhinos auf einmal brennen, halt nur die halbe Zeit. Und ich hoffe natürlich, dass die Reno dieses Jahr wieder richtig klasse ist und es wird ein Riesenspaß. Freut euch drauf. So Vegas Untertitelung des ZDF für funk, 2017